Tod? Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme. Ja, wir sind wieder Kara und sind bei Tod zu Hause und das alles hat so eine stürmische Atmosphäre, so eine beklemmende Atmosphäre. Liegt vielleicht am Gewitter, aber auch an ihrer, weiß nicht, an ihrer Aussage. So, Essen ist fertig. So, von wegen, ich habe Angst vor dir. Übrigens, das Essen ist wirklich fertig, geil. Boah, nein, doch. Geil. Geil, Spaghetti, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und scheiße, hätte ich jetzt auch, ich glaube, nein, mache ich doch, doch, ich mache auch Spaghetti. So, dann bringen wir... Es war nicht viel in der Küche, tut mir wirklich leid. ...was zu essen. Ja. Scheiße, wie traurig das einfach ist. Aber wenigstens sitzt er mit seiner Tochter am Tisch, das finde ich halt cool. Das ist ja wenigstens etwas. Guck mal, mit Brot. Oder Brötchen dabei. Coolio. So, schalte das Licht an. Wo soll ich denn das Licht einschalten? Daneben. Ja. Das hätte ich auch vorher machen können, irgendwie. Bediene Alice. Wo soll ich die denn bedienen? Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Hey, das habe ich halt nicht. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Okay. Ich habe doch gar nichts gemacht, die Lied. Was klotzt du so? Was ist dein scheiß Problem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogentoren. Manchmal machst du mir echt Angst dort. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Ohre hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Was ein Wichser. Ich finde es cool, dass man das nicht gesehen hat. Das finde ich ziemlich cool, dass man das nicht gesehen hat. Oh, was ein Pisser. Das ist ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Ich werde sie zeigen. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Das hat sie verdient. Das muss ich nochmal ziehen. Ach, scheiße. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Okay. Beweg dich nicht. Ja, aber der will doch hoch zu seiner... Ich habe das einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie... Aber nein! Hätte er... Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen. Aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Bitte mach deinen Fernseher nicht kaputt. Ja, scheiße, Alter. Wenn man halt den Rotz nimmt... Da ist man halt nicht ganz klar im Kopf. Jetzt mal ohne Scheiß. Kein Wunder, dass man da sein ganzes Leben verkackt. Es ist alles ihre Schuld. Kann ich mich jetzt... Ich kann mich bewegen. Weil ich habe Schiss, dass er... Ihr gleich was antut. Ja, wir müssen uns da durchbewegen. Ohne Scheiß. Okay, was... Was zum Teufel? Ist das jetzt eine Barriere, die ich durchbreche, oder was? Okay, krass. 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 Okay, was können wir machen? Was können wir machen? Soll ich erst mal... Ich versuch... Kann ich dich überzeugen? Kann ich dich überzeugen? Kann ich irgendwas machen? Okay, ich habe es probiert. Ähm. Scheiße. Warte mal, du Pimmelkopf. Achso. Okay, den holen wir uns. Den Pisser holen wir uns. Ähm. Wo bist du denn? Hier. Lassen Sie Alice sofort in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpenplastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Puh. Scheiße. Quick-Time-Event. Fass ist Chara. Ach, scheiße. Komm her, Mist-Strick. Was eine Sackrate, der Typ. Nix gibt's. Haha, daneben, Boy. Scheiß, Diggy. Scheiße. Ach, das war der Falschbeknopf. So, was können wir machen? Was können wir machen? Stoßen. Schützen. Oder nehmen. Was passiert bei mir? Stoßen. Dann fliegt der wohin? Er fliegt aber doch auf sie, oder? Okay, dann fliegt er zur Seite. Das ist hier neben. Nee, dann haut er uns weg. Das bringt nix. Schützen, dann haut er uns weg. Nee. Sorry. Müssen wir machen. Oh. Ah. Er lebt noch. Oh. 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 Alice, Kleine. Alice. Fick dich, wir hauen ab. Fuck. Ah, falscher Knopf. Verdammt, Darks-Scheiß-Xbox. Ah. Ah. Bitte hör auf. Stopp. Jetzt wird sie aber knackig. Ah. Und weggehen. Und weggehen. Oh, das war spannend. Das war spannend. Ey, ich hab mich so aufgeregt. X ist eigentlich auf der linken Taste bei der Xbox und nicht unten wie bei der Playstation. Ich verwechsel das jedes Mal. Na, wenigstens haben wir die Kleine jetzt gerettet. Ey, bei so einem Pisser, ohne Scheiß, da kann man nicht leben. Da kann man absolut nicht leben. Jetzt bin ich aber auf unsere Statistik gespannt. Das war tütend, tütend, tütend gemacht. Todd wütend gemacht, meinte ich. Kara und Alice haben Todd bekämpft. Ja, das ist wahr. Was hätte ich denn noch machen können? Ich wäre wahrscheinlich gestorben, ne? Zimmer verlassen, Todd verfolgt Kara. Vor der Tür nicht geöffnet. Ja, weil ich es nicht hingekriegt habe. Scheiße. Bus erwischen, was? Ach, krass. Was ist denn, hätte ich den Bus jetzt nicht erwischt? Oh, Mist. Das wüsste ich jetzt natürlich auch gern. Ich dachte, okay, weil der Bus sah so, 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 ähm, eindeutig aus, dass man den braucht. Lustig. Ach du Scheiße. Okay, was, wie, wie sieht denn diese Strategie aus? Alter, dein Ernst? Essen ist fertig. Todd wütend gemacht. Ja, Todd wird wütend. Programm knacken. Ja gut, hätten wir das Programm nicht geknackt, dann wäre mir, wäre hier Ende gewesen. Alles klar. Ähm. Nach oben gehen. Was hätte ich denn noch machen können? Alice nach, ach, Alice nach Todd erreichen. Ach so, ich hätte ihn auch vor ihr erreichen können. Ach, wie krass. Das hätte ganz andere Ebene gegeben. Wie lustig. Sau geil. Okay, also meine lieben Zuschauer, wir werden jetzt hier aber einen Schnitt machen und im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Ich weiß gar nicht mit welchem Charakter, aber ich habe richtig Bock auf das Game. Ich bin richtig angefixt. Das war ziemlich spannend. Mega nice. Und in dem Sinne, haut rein, habt noch einen schönen Abend und wir hören und sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Haut rein.